Stanley G. Weinbaum – Der irre Mond Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Idioten, brüllte Grant Carthorpe, Idioten, Schwachköpfe, Dummköpfe! Er suchte krampfhaft nach ausdrucksvolleren Begriffen, scheiterte aber und machte seiner Verzweiflung mit einem heftigen Tritt gegen den Müllhaufen auf dem Bodenluft. Er hatte wieder einmal vergessen, dass die Schwerkraft von Io nur ein Drittel beträgt und sein ganzer Körper folgte dem Tritt in einem langen Bogen von zwölf Fuß. Als er auf dem Boden aufschlug, kicherten die vier Loonies. Ihre großen idiotischen Köpfe, die nicht viel anders aussahen als die Comic-Gesichter, die auf Sonntagsluftballons für Kinder gemalt waren, wippten im Gleichklang auf ihren fünf Fuß langen Hälsen, die so dünn waren wie Grants Handgelenk. »Raus hier!«, brüllte er und richtete sich auf. »Haut ab, ihr Penner! Verschwindet! Keine Schokolade! Keine Süßigkeiten! Nicht bevor ihr gelernt habt, dass ich fair war, Blätter will, und nicht irgendeinen Schrott, den ihr zufällig erwischt! Raus hier!« Die Loonies, Lunae Jovis Magnitsapites oder wörtlich Großköpfe vom Jupitermond, zogen sich zurück und kicherten traurig. Zweifellos hielten sie Grant für genauso idiotisch wie er sie und konnten die Gründe für seinen Ärger nicht verstehen. Aber ihnen war klar, dass es keine Süßigkeiten geben würde, und ihr Kichern klang nach großer Enttäuschung. So sehr, dass der Anführer, nachdem er sein lächerliches blaues Gesicht zu einem dümmlichen Grinsen verzogen hatte, ein letztes wildes Kichern von sich gab und mit dem Kopf gegen einen glitzernden Baum aus Steinrinde schlug. Seine Gefährten hoben seinen Körper achtlos auf und zogen davon, wobei sein Kopf an seinem Hals wie ein Haufen Gefangener an einer Kette hinter ihnen hergeschleift wurde. Grant strich sich mit der Hand über die Stirn und drehte sich müde zu seiner Hütte aus Steinrinde um. Ein paar winziger, glitzernder roter Augen erregte seine Aufmerksamkeit. Und ein Slinker, Mus Sapiens, hüpfte über die Schwelle und trug unter seinem winzigen, dünnen Arm etwas, das Grants Fieberthermometer sehr ähnlich sah. Grant schrie die Kreatur wütend an, griff nach einem Stein und warf ihn erfolglos. Am Rande des Gebüschs drehte der Slinker sein rattenähnliches, halbmenschliches Gesicht zu ihm um, quäkte sein mickriges Kauderwäsch, schüttelte eine mikroskopisch kleine Faust in menschenähnlichem Zorn und verschwand mit seiner fledermausartigen Haube, die wie ein Mantel flatterte. Er sah in der Tat aus wie eine schwarze Ratte mit einem Umhang. Grant wusste, dass es ein Fehler gewesen war, den Stein nach ihm zu werfen. Die winzigen Ungeheuer würden ihm niemals Ruhe lassen und ihre winzige Größe und pseudomenschliche Intelligenz machten sie als Feinde äußerst lästig. Doch weder diese Überlegung noch der Selbstmord des Luni beunruhigten ihn sonderlich. Er hatte solche Fälle schon zu oft erlebt und außerdem führte sich sein Kopf an, als stünde ihm eine weitere Welle des weißen Fiebers bevor. Er betrat die Hütte, schloss die Tür und starrte auf sein Haustier, ein Paar Kater, hinunter. »Oliver«, knurrte er, »du bist ein feiner Kerl. Warum zum Teufel hältst du nicht nach Slinkern Ausschau? Was willst du hier?« Der Paar Kater erhob sich auf sein einziges kräftiges Hinterbein und krallte sich mit seinen beiden Vorderbeinen an seinen Knien fest. »Der rote Bube auf der schwarzen Königin«, bemerkte er gelassen. »Zehn Lunis machen einen Halbidioten.« Grant konnte beide Aussagen leicht einordnen. Die erste war natürlich ein Echo auf das Solitärspiel vom Vorabend und die zweite auf die gestrige Runde mit den Lunis. Er grunzte abwesend und rieb sich den schmerzenden Kopf. Weder weißes Fieber, kein Zweifel. Er schluckte zwei Ferverin-Tabletten und sank lustlos auf den Rand seiner Koje, während er sich fragte, ob dieser Anfall von Weißfieber in einem Delirium gipfeln würde. Er verfluchte sich selbst dafür, dass er diesen Job auf Jupiters drittem bewohnbaren Mond, Io, überhaupt angenommen hatte. Diese winzige Welt war ein Planet des Wahnsinns, der für nichts anderes gut war als für die Produktion von Ferverblättern, aus denen irdische Chemiker so viele starke Alkaloide herstellten, wie einst aus Opium. Für die medizinische Wissenschaft natürlich von unschätzbarem Wert, aber was machte das für ihn aus? Was machte es für ihn schon aus, wenn er nach einem Jahr in den Äquatorialregionen von Io als Wahnsinniger zur Erde zurückkehrte? Er schwor sich bitterlich, dass er, wenn die Maschine aus Junopolis nächsten Monat für seinen Fervervorrat landete, mit ihr in die Polarstadt zurückkehren würde, auch wenn sein Vertrag mit Nalan Druck ein ganzes Jahr lief und er kein Geld bekommen würde, wenn er ihn brach. Was nützt einem verrückten Geld? Der ganze kleine Planet war verrückt. Loonies, Parkatzen, Slinker und Grant Curlthorpe. Alle waren sie verrückt. Zumindest war jeder verrückt, der sich jemals aus einer der beiden Polarstädte Junopolis im Norden und Herapolis im Süden herausgewagt hatte. Dort konnte man sicher vor dem weißen Fieber leben, aber unterhalb des zwanzigsten Breitengrades war es schlimmer als im kambodschanischen Dschungel auf der Erde. Er amüsierte sich, indem er von der Erde träumte. Noch vor zwei Jahren war er dort glücklich gewesen, bekannt als wohlhabender, beliebter Sportler. Noch bevor er 21 war, hatte er auf dem Titan Messerdrachen und Fadenwürmer gejagt und auf der Venus Triops und Einfüßler. Das war, bevor die Goldkrise von 2110 sein Vermögen vernichtet hatte. Und wenn er schon arbeiten musste, erschien es ihm logisch, seine interplanetarischen Erfahrungen zu nutzen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er war wirklich begeistert von der Chance, mit Nalan Drugg zusammenzuarbeiten. Er war noch nie auf Io gewesen. Diese wilde, kleine Welt war kein Paradies für Sportler mit ihren idiotischen Loonies und bösen, intelligenten, winzigen Slinker. Auf dem fiebrigen kleinen Mond, der vom riesigen Jupiter nur eine Viertelmillionen Kilometer entfernt in Wärme gehüllt war, gab es nichts zu jagen. Wenn er ihn zufällig schon einmal besucht hätte, sagte er sich reumütig, hätte er den Job nie angenommen. Er hatte sich Io als etwas wie Titan vorgestellt. Kalt, aber sauber. Stattdessen war es so heiß wie die Heißgebiete der Venus, weil er einen glühenden Primärplaneten hat und einem halben Dutzend verschiedener Formen von dampfendem Tageslicht ausgesetzt ist. Sonnentag, Sonnentag, Jovianischer Tag, Jovianischer und Sonnentag, Europa-Licht und gelegentlich echte und düstere Nacht. Und die meisten davon kamen im Lauf der 42-stündigen Rotation von Io. Eine verrückte Abfolge von wechselnden Lichtern. Er hasste die schwindelerregenden Tage, den Dschungel und die Hügel voller Idioten, die sich hinter seiner Hütte erstreckten. Im Moment war Jupiter und Sonnentag, und das war das Schlimmste von allem, denn die ferne Sonne fügte der Hitze des Jupiters noch etwas hinzu. Und zu Grants Unbehagen kam noch die Aussicht auf einen Anfall von weißem Fieber hinzu. Er fluchte, als es in seinem Kopf erneut pochte und schluckte eine weitere Feverin-Tablette. Er merkte, dass sein Vorrat an Feverin immer kleiner wurde. Er musste daran denken, um welche zu bitten, wenn die Maschine landete. Nein, er würde mit ihr zurückfliegen. Oliver rieb sich sein Bein. Idioten, Trottel, Schwachköpfe, Dummköpfe, bemerkte der Paar Kater liebevoll. Warum musste ich zu diesem verdammten Tanz gehen? Hm? sagte Grant. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass er etwas von einem Tanz gesagt hatte. Das muss während seines letzten Fieberwahns gesagt worden sein, entschied er. Oliver knarrte wie die Tür, dann kicherte er wie ein Luni. Es wird schon gut gehen, versicherte er Grant. Vater wird sicher bald kommen. Vater? Echute der Mann. Sein Vater war schon vor 15 Jahren gestorben. Woher hast du das, Oliver? Das muss das Fieber sein, bemerkte Oliver gelassen. Du bist ein nettes Kätzchen, aber ich wünschte, du wärst vernünftig genug, um zu wissen, was du da sagst. Und ich wünschte, Vater würde zurückkommen. Er schloss mit einem unterdrückten Glucksen, das auch ein Schluchzen hätte sein können. Grant starrte ihn verwirrt an. Er hatte nichts von diesen Dingen erzählt, da war er sich sicher. Der Parkhater musste sie von jemand anderem gehört haben. Von jemand anderem? Wo im Umkreis von 500 Meilen gab es denn noch jemanden? Oliver, brüllte er. Wo hast du das gehört? Wo hast du es gehört? Der Parkhater wich erschrocken zurück. Vater ist ein Idiot, ein Dummkopf, ein Schwachkopf, sagte er ängstlich. Der rote Buber auf dem netten Kätzchen. Komm her, brüllte Grant. Wessen, Vater? Wo hast du... Komm her, du Trottel! Er stürzte sich auf die Kreatur. Oliver krümmte sein einziges Hinterbein und warf sich hektisch auf die Abdeckung des Holzofens. Das muss das Fieber sein, schrie er. Keine Schokolade! Er sprang wie ein dreibeiniger Blitz auf die Kaminöffnung zu. Das Knirschen von Krallen auf Metall war zu hören und schon war er hindurchgeklärt. Grant folgte ihm. Sein Kopf schmerzte von der Anstrengung und der noch gesunde Teil seines Verstandes wusste, dass die ganze Episode zweifellos ein weißes Fieberdelirium war, aber er kämpfte weiter. Sein Vorankommen war ein Albtraum. Die Loonies wippten ständig mit ihren langen Hälzen über den hohen Blutgras und trugen mit ihren idiotischen Kichern und ihren schwachsinnigen Gesichtern zu der allgemeinen Atmosphäre des Wahnsinns bei. Bei jedem Schritt auf dem schwammigen Boden stiegen stinkende, fiebrige Dunstschwaden auf. Irgendwo zu seiner Rechten quietschte und schnatterte ein Slinker. Er wusste, dass sich in dieser Richtung ein winziges Slinker-Dorf befand, denn er hatte schon einmal einen Blick auf die hübschen, kleinen Gebäude geworfen, die wie eine mittelalterliche Miniaturstadt aus kleinen, perfekt eingepassten Steinen gebaut war, komplett mit Türmen und Zinnen. Es hieß, dass es sogar Kriege zwischen den Slinkern gab. Sein Kopf brummte und schwirrte durch die kombinierte Wirkung von Ferverin und Fieber. Es war wirklich ein Anfall von weißem Fieber und ihm wurde klar, dass er ein Schwachkopf war, ein Verrückter, der sich so von seiner Hütte entfernte. Er sollte auf seiner Pritsche liegen. Das Fieber war nicht schlimm, aber mehr als einer war auf Io im Delirium und den damit verbundenen Halluzinationen gestorben. Jetzt war er im Delirium. Er wusste es, als er Oliver sah, denn dieser betrachtete seelenruhig eine attraktive junge Dame in einem perfekten Abendkleid im Stil des zweiten Jahrzehnts des 22. Jahrhunderts. Das war ganz offensichtlich eine Halluzination, denn Frauen hatten in den ionischen Troben nichts zu suchen und wenn zufällig einer dort auftauchen sollte, würde sie sicher keine elegante Kleidung wählen. Die Halluzination hatte anscheinend Fieber, denn ihr Gesicht war blass, so weiß wie die namensgebende Blässe des weißen Fiebers. Ihre grauen Augen betrachteten ihn ohne Überraschung, als er sich durch das Blutgras zu ihr durchschlug. Guten Tag, Abend oder Morgen, sagte er mit einem verwirrten Blick auf den Jupiter, der gerade aufging und die untergehende Sonne. Oder vielleicht nur guten Tag, Miss Lee Nalen. Sie schaute ihn ernst an. Weißt du, sagte sie, du bist die erste Illusion, die ich nicht erkannt habe. Alle meine Freunde waren schon da, aber du bist der erste Fremde. Oder bist du kein Fremder? Du kennst meinen Namen, aber das solltest du natürlich, da du meine eigene Halluzination bist. Wir werden uns nicht darüber streiten, wer von uns die Halluzination ist, schlug er vor. Lass es uns so machen. Derjenige von uns, der zuerst verschwindet, ist die Illusion. Ich wette fünf Dollar, dass du das tust. wie soll ich denn das Geld nehmen, fragte sie. Ich kann doch nicht von meinem eigenen Traum Geld annehmen. Und das ist ein Problem, er runzelte die Stirn. Mein Problem, natürlich, nicht eins. Ich weiß, dass ich echt bin. Woher kennst du meine Namen, fragte sie. Oh, sagte er, durch intensives Lesen der Gesellschaftsteile der Zeitungen, die ich mit meinem Versorgungsflugzeug mitgebracht habe. Ich habe sogar ein Bild von dir ausgeschnitten und neben meine Koje geklebt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich dich jetzt sehe. Ich werde dich gern mal wirklich kennenlernen. Was für eine galante Bemerkung für eine Erscheinung, rief sie aus. Und wer bist du eigentlich? Nun, ich bin Grant Carthorpe. Ich arbeite für deinen Vater und handle mit den Luni-Ferva. Grant Carthorpe, wiederholte sie. Sie verengte ihre vom Fieber getrübten Augen, als ob sie ihn besser erkennen wollte. Warum sehe ich dich? Ihre Stimme schwankte für einen Moment und sie strich sich mit der Hand über die blasse Stirn. Warum solltest du aus meinen Erinnerungen auftauchen? Es ist seltsam. Vor drei oder vier Jahren, als ich noch ein romantisches Schulmädchen war und du, der berühmte Sportler, war ich wahnsinnig in dich verknallt. Ich hatte ein ganzes Buch voller Bilder von dir. Grant Carthorpe im Parka auf der Jagd nach Fadenwürmern auf dem Titan. Grant Carthorpe neben dem riesigen Einfüßler, den er in den Bergen der Ewigkeit erlegt hat. Du bist wirklich die angenehmste Halluzination, die ich bis jetzt hatte. Ein Delirium ist lustig. Sie drückte wieder ihre Hand auf die Stirn. Wenn der Kopf nicht so wehtun würde. Oh je, dachte Grant. Ich wünschte, dass mit dem Buch wäre wahr. Das nennt man in der Psychologie einen Wunschtraum. Ein warmer Regentropfen plätscherte auf seine Nacken. Ich muss ins Bett, sagte er laut. Regen ist schlecht bei weißem Fieber. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich Fieber habe. Danke, sagte Lee Naylan mit Würde. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Er nickte, wobei ihm ein Schauer durch den Kopf ging. Hier, Oliver, sagte er zu dem schläfrigen Parkhater. Komm schon. Das ist nicht Oliver, sagte Lee. Das ist Polly. Sie hat mir zwei Tage lang Gesellschaft geleistet und ich habe sie Polly genannt. Falsches Geschlecht, murmelte Grant. Egal, es ist mein Parkhater, Oliver. Bist du nicht Oliver? Ich hoffe, ich sehe dich, sagte Oliver schläfrig. Das ist Polly, stimmt's Polly? Ich wette mit dir um fünf Dollar, sagte der Parkhater. Er stand auf, streckte sich und huschte ins Unterholz. Das muss das Fieber sein, stellte er fest, als er verschwand. Das muss es sein, stimmte Grant zu. Er wandte sich ab. Auf Wiedersehen, Miss, oder ich könnte dich auch Lee nennen, da du nicht echt bist. Auf Wiedersehen, Lee. Auf Wiedersehen, Grant, aber geh nicht in die Richtung da drüben, auf der Wiese ist ein Dorf des Linker. Nein, es ist da drüben. Es ist dort, sagte sie beharrlich. Ich habe gesehen, wie sie es gebaut haben. Aber sie können ein ja sowieso nichts tun, oder? Nicht einmal ein Linker könnte eine Erscheinung etwas antun. Auf Wiedersehen, Grant. Sie schloss müde die Augen. Es regnete jetzt noch stärker. Grant schob sich durch das Blutgras, dessen roter Saft sich in blutigen Tropfen auf seinen Stiefeln sammelte. Er musste schnell zu seiner Hütte zurückkehren, bevor das weiße Fieber und das damit verbundene Delirium ihn völlig aus der Bahn warfen. Er brauchte Feverin. Plötzlich blieb er kurz stehen. Direkt vor ihm war das Gras abgemäht worden und auf der kleinen Lichtung standen die Schulter hohen Türme und Zinnen eines Linkerdorfs. Eines neuen, denn zwischen den anderen Gebäuden standen halbfertige Häuser und über den Steinen schufteten vermummte sechs Zoll hohe Gestalten. Es gab ein Geschrei aus Quietschen und Kauderwäsch. Er wich zurück, aber ein Dutzend winziger Pfeile sauste an ihm vorbei. Einer blieb wie ein Zahnstocher in seinem Stiefel stecken, aber zum Glück traf keiner seine Haut, denn sie waren zweifelsohne vergiftet. Er bewegte sich schneller, aber überall in den dichten fleischigen Gräsern raschelte es, quietschte es und er hörte unverständliche Verwünschungen. Er ging weiter, immer wieder stießen Lunis ihre Ballonköpfe über die Vegetation und hin und wieder kicherte einer vor ihn biss oder stach. Grant steuerte auf eine Gruppe dieser Kreaturen zu, in der Hoffnung, die winzigen Unholde im Gras abzulenken. Ein großer, lilafarbener Luni krümmte seinen langen Hals über ihm, kicherte und gestikulierte mit seinen dünnen Fingern auf ein Bündel unter seinem Arm. Er ignorierte das Ding und wandte sich seiner Hütte zu. Es schien, als wäre er den Slinkern entkommen und so stapfte er verbissen weiter, denn er brauchte dringend eine Feverin Tablette. Doch plötzlich blieb er stirnrunzeln stehen, drehte sich um und begann, seine Schritte zurück zu verfolgen. Das kann nicht sein, murmelte er, aber sie hat mir die Wahrheit über das Slinkerdorf gesagt. Ich wusste nicht, dass es dort ist, aber wie kann eine Halluzination mir etwas sagen, das ich nicht wusste? Lee Nalen saß genau so auf dem Baumstamm aus Steinrinde, wie er sie verlassen hatte, mit Oliver an ihrer Seite. Ihre Augen waren geschlossen und zwei Slinker schnitten mit winzigen glitzernden Messern am langen Rock ihres Kleides. Grant wusste, dass sie immer von irdischen Textilien angezogen wurden. Anscheinend waren sie nicht in der Lage, den faszinierenden Glanz von Satan zu kopieren, obwohl die Unholde höllisch geschickt mit ihren winzigen Händen waren. Als er sich näherte, rissen sie einen Streifen vom Oberschenkel bis zum Knöchel ab, aber die Frau rührte sich nicht. Grant schrie und die bösartigen kleinen Kreaturen stießen unaussprechliche mit ihrer seidenen Beute davonhuschten. Lee Nalen öffnete ihre Augen. Du schon wieder? Murmelte sie undeutlich. Eben noch war es Vater, jetzt bist du es. Ihre Blässe hatte zugenommen. Das weiße Fieber nahm seinen Lauf in ihrem Körper. Dein Vater? Deshalb hat Oliver es gehört. Hör zu, Lee, ich habe das Linkerdorf gefunden. Ich wusste nicht, dass es dort ist, aber ich habe es gefunden, genau wie du gesagt hast. Verstehst du, was das bedeutet? Wir sind beide echt. Echt? sagte sie düster. Da grinst ein lila Luni über deine Schulter. Mach, dass er verschwindet. Er macht mich krank. Er schaute sich um und tatsächlich der lila Luni stand hinter ihm. Schau her, sagte er und ergriff ihren Arm. Das Gefühl ihrer glatten Haut war ein weiterer Beweis. Du kommst mit in die Hütte und kriegst Feverin. Er zog sie auf die Füße. Verstehst du denn nicht? Ich bin echt. Nein, bist du nicht, sagte sie verwirrt. Hör zu, Lee, ich weiß nicht, wie zum Teufel du hierher gekommen bist oder warum, aber ich weiß, dass ich noch nicht so verrückt bin. Du bist real und ich bin real. Er schüttelte sie heftig. Ich bin echt, rief er. In ihren benommenen Augen zeichnete sich ein schwaches Verstehen ab. Echt? flüsterte sie. Echt? Oh Herr, dann bring mich weg von diesem verrückten Ort. Sie schwankte, bemühte sich krampfhaft sich zu beherrschen und warf sich dann nach vorne gegen ihn. Auf Iu war ihr Gewicht natürlich vernachlässigbar, weniger als ein Drittel der normalen Erdmasse. Er schwang sie in seine Arme und machte sich auf den Weg zur Hütte, wobei er sich von den beiden Slinker Siedlungen fernhielt. Um ihn herum wippten aufgeregte Lunis und ab und zu kicherte der purpur gesichtige oder ein anderer, der wie dieser aussah und zeigte und liefen ihm den Nacken hinunter und zu allem Überfluss geriet er in die Nähe eines Wäldchens mit stechenden Palmen, deren Stacheln schmerzhaft durch sein Hemd stachen. Diese Stiche waren auch sehr gefährlich, wenn man sie nicht desinfizierte. Es waren vor allem die stechenden Palmen, die die Händler davon abhielten, ihr eigenes Fährwahr zu sammeln, anstatt sich auf die Lunis Tageslicht, verlieh den Wangen der bewusstlosen Lee Nailen eine falsche Röte, die ihre unbewegten Gesichtszüge sehr schön erschienen ließ. Vielleicht hatte er seinen Blick zu lange auf ihr Gesicht gerichtet, denn plötzlich war Grant wieder unter Slinkern, die quietschend und fauchend durch die Gegend liefen und der violette Looney zuckte vor Schmerz zusammen, als Zähne und Pfeile in seine Gift. Die winzigen Teufel waren jetzt um seine Füße herum. Er fluchte leise und trat kräftig zu, wodurch eine rattenähnliche Gestalt 50 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Er hatte sowohl eine Automatik als auch eine Flammenpistole an seiner Hüfte, aber er konnte sie aus mehreren Gründen nicht benutzen. Erstens war der Einsatz einer Automatik gegen die winzigen Horten ungefähr so, als würde man in einen Mückenschwarm schießen. Wenn die Kugel einen oder zwei oder ein Dutzend tötete, machte sie auf die übrigen Tausende keinen nennenswerten Eindruck. Und die Flammenpistole war so, als würde man mit einer Big Bertha auf eine Fliege schießen. Ihr gewaltiger Feuerstoß würde sicherlich alles Linker in ihrem unmittelbaren Weg verbrennen, zusammen mit Gras, Bäumen und Lunis, aber auch das würde die überlebenden Horten nur wenig beeindrucken und es bedeutete, dass die Pistole mühsam mit einem weiteren schwarzen Diamanten und einem weiteren Lauf zu bestücken. Er hatte zwar Gaslampen in der Hütte, aber die waren im Moment nicht verfügbar und außerdem hatte er keine Ersatzmaske und bisher ist es keinem Chemiker gelungen, ohne auch für Menschen tödlich zu sein. Und schließlich konnte er im Moment überhaupt keine Waffe benutzen, weil er sich nicht traute, Lee Nalen fallen zu lassen, um seine Hände frei zu bekommen. Vor ihm lag die Lichtung um die Hütte. Der Bereich war voller Slinker, aber die Hütte selbst sollte zumindest für eine angemessene Zeitspanne Slinker sicher sein, da Steinrinden Stämme sehr widerstandsfähig gegen ihre winzigen Werkzeuge sind. Doch Grant bemerkte, dass eine Gruppe der winzigen Teufel vor der Tür stand und plötzlich erkannte er ihre Absicht. Sie hatten eine Art Schnur um den Türknauf gewickelt und waren gerade dabei, sie zu verdrehen. Grant schrie auf und begann zu rennen. Als er noch einen halben Meter entfernt war, schwang die Tür auf und der Haufen von Slinker strömte in die Hütte. Er stürmte durch den Eingang. Drinnen herrschte Aufruhr. Kleine Kapuzen gestalten rissen an den Decken auf seiner Pritsche, an seiner zusätzlichen Kleidung, an den Säcken, die er mit Färberblättern füllen wollte und zerrten an den Kochutensilien oder an allen losen Gegenständen. Er brüllte und trat nach dem Gewimmel. Ein wilder Chor um ihn herumhüpften und auswichen. Die Unholde waren intelligent genug, um zu erkennen, dass er nichts tun konnte, während seine Arme von Lee Naylan besetzt waren. Sie wichen seinen Tritten aus und während er eine Kuppe am Herd attackierte, zerrte ein anderer Haufen an seinen Decken. In seiner Verzweiflung stürzte er sich auf die Koje. Er ließ den Körper des Mädchens darauf auffallen und griff nach einem Grasbesen, den er zur Erleichterung seiner Hausarbeit hergestellt hatte. Mit weiten Schlägen des Besenstiels griff er die Slinker an und das Quieken wurde von Schmerzensschreien und Wimmern übertönt. Ein paar stürmten zur Tür und schleppten ihre Beute mit sich. Er drehte sich rechtzeitig um, um zu sehen, wie sich ein halbes Dutzend um Lee Horns an ihren kleinen Füßen riss. Er brüllte ihnen einen Fluch entgegen und schlug sie weg, in der Hoffnung, dass keiner von ihnen mit einem bösartigen Deuch oder Giftzahn in ihre Haut gestochen hatte. Er begann, das Scharmützel zu gewinnen. Weitere der Kreaturen zogen ihre schwarzen Umhänge eng um sich und huschten mit ihrer Beute über die Schwelle. Mit einem lauten Quietschen brachen die anderen beladen und mit leeren Händen auf und rannten in Sicherheit, wobei sie ein Dutzend pelzige, schelmische Körper erschlagen oder verwundet zurückließen. Grant fegte mit seiner bisherigen Waffe hinter den anderen her, schloss die Tür vor einem Looney, der in der Öffnung herumhüpfte, verriegelte sie gegen eine Wiederholung des Slinker Tricks und starrte bestürzt auf die geplünderte Behausung. Die Dosen waren weggerollt oder weggeschleppt worden. Jeder lose Gegenstand war von den kleinen Händen der Slinker bekrapscht worden und Grants Kleider hingen in Fetzen an ihren Haken an der Wand. Aber den kleinen Räubern war es nicht gelungen, den Schrank oder die Tischschublade zu öffnen und es gab noch Essen. Sechs hatten ihn philosophisch werden lassen. Er fluchte herzhaft, zuckte resigniert mit den Schultern und holte sein Fläschchen mit Feverin aus dem Schrank. Sein eigener Fieberanfall war so plötzlich und vollständig verschwunden, wie es bei weißem Fieber immer der Fall ist, wenn es behandelt wird. Aber das Mädchen war ohne Feverin Papier weiß und regungslos. Grant warf einen Blick auf die Flasche. Acht Nun, ich kann auch Fervorblätter kauen, murmelte er. Das war zwar weniger wirksam als das Alkaloid selbst, aber es würde genügen und Lee Nailen brauchte die Tabletten. Er löste zwei davon in einem Glas Wasser auf und hob ihren Kopf an. Sie war nicht zu träge, um zu schlucken und erschüttete die Lösung zwischen ihrer blassen Lippen, dann legte er sie so bequem wie möglich hin. Ihr Kleid war eine zerfledderte Seitenruine und er deckte sie mit einer Decke zu, die nicht weniger ruinös war. Dann desinfizierte er die Stiche an seiner Handfläche, zog zwei Stühle zusammen und streckte sich auf ihnen aus, um zu schlafen. Er schreckte auf, als er das Geräusch von Krallen auf dem Dach hörte, aber es war nur Oliver, der vorsichtig den Schornstein prüfte, um zu sehen, ob er heiß war. Im nächsten Moment kletterte der Park Kater hindurch, streckte sich und sagte, ich bin echt und du bist echt. Stell dir das vor, grunste Grant schläfrig. Als er erwachte, waren Jupiter und Europa hell, was bedeutete, dass er etwa sieben Stunden geschlafen hatte, denn der strahlende kleine dritte Mond ging gerade auf. Er erhob sich und sah Lee Nalen an, die tief und fest schlief und deren Gesicht einen Hauch von Farbe aufwies, was nicht nur auf das rötliche Tageslicht zurückzuführen war. Das weiße Fieber verschwand. Er löste zwei weitere Tabletten in Wasser auf und rüttelte dann an der Schulter der jungen Frau. Sofort ganz klar waren und sie sah ohne Überraschung zu ihm auf. Hallo Grant, murmelte sie. Du bist es also wieder. Das Fieber ist also doch nicht so schlimm. Vielleicht sollte ich dich fiebrig bleiben lassen, grinste er. Du sagst so nette Sachen. Wach auf und trink das Lee. Plötzlich wurde sie sich des Inneren der Hütte bewusst. Warum wo sind wir? Es sieht echt aus. Ist es auch. Trink das Favirin. Sie gehorchte. Dann lehnte sie sich zurück und starrte ihn verwirrt an. Echt? sagte sie. Und du bist echt? Ich glaube, das bin ich. Ein Schwall von Tränen trübte ihre Augen. Dann bin ich weg von diesem Ort, diesem furchtbaren Ort. Das bist du ganz sicher. Er sah, wie ihre Erleichterung in Hysterie umschlug und beeilte sich, sie abzulenken. Würdest du mir bitte erzählen, wie du dorthin gekommen bist und dann auch noch wie für eine Party bekleidet? Sie beherrschte sich. Ich war für eine Party gekleidet. Eine Party. Eine Party in Herapolis. Aber ich war in Junopolis, verstehst du? Äh, das verstehe ich nicht. Erstens, was machst du überhaupt auf Io? Immer wenn ich von dir gehört habe, ging es um die New Yorker oder Pariser Gesellschaft. Sie lächelte. Dann war es nicht nur ein Wahn, oder? Du sagtest, du hättest eines meiner Bilder? Ach, das! Sie schaute stirnrunzelnd auf den Abzug an der Wand. Wenn das nächste Mal ein Pressefotograf ein Foto von mir machen will, werde ich daran denken, nicht wie eine Verrückte zu grinsen. Aber warum ich auf Io bin? Ich bin mit meinem Vater gekommen, der sich nach Möglichkeiten umschaut, fair war, auf Plantagen zu züchten, anstatt von Händlern oder Loonies abhängig zu sein. Wir sind seit drei Monaten hier und mir ist furchtbar langweilig. Ich dachte, Io würde aufregend sein, aber das war es nicht. Bis vor kurzem. Aber was ist mit dem Tanz? Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen, tausend Meilen von Junopolis entfernt? Nun, sagte sie langsam. In Junopolis ist es furchtbar langweilig. Keine Shows, kein Sport, nichts außer einem gelegentlichen Tanz. Ich wurde unruhig. Wenn es in Herapolis Tänze gab, habe ich mir angewöhnt, dorthin zu fliegen. Es sind nur vier oder fünf Stunden in einem schnellen Flugzeug, weißt du, letzte Woche oder wann auch immer wollte ich hinfliegen und Harvey, Vaters Sekretär, sollte mich hinbringen. Aber in letzter Minute brauchte Vater ihn und verbot mir allein zu fliegen. Grant empfand eine starke Abneigung gegen Harvey. Und? fragte er. Also bin ich allein geflogen? beendete sie bescheiden. Und bist durchgedreht, was? Ich kann genauso gut fliegen wie jeder andere, erwiderte sie. Ich bin nur eine andere Route geflogen und plötzlich waren da Berge vor mir, er nickte. Die Hügel der Idioten, sagte er. Mein Versorgungsflugzeug macht einen Umweg von 500 Meilen, um sie zu umgehen. Sie sind nicht hoch, aber sie ragen direkt aus der Atmosphäre dieses verrückten Planeten heraus. Die Atmosphäre hier ist dicht, aber niedrig. Das weiß ich. Ich wusste, dass ich nicht durch sie fliegen kann, aber ich dachte, ich könnte sie überfliegen. Mit voller Geschwindigkeit, weißt du, und dann das Flugzeug nach oben ziehen. Ich hatte ein geschlossenes Flugzeug und die Gravitation hier ist so schwach. Außerdem habe ich das schon öfters gesehen, vor allem mit einem raketengetriebenen Flugzeug. Die Düsen helfen, das Flugzeug zu stabilisieren, auch wenn die Flügel wegen Luftmangels nutzlos sind. Was für ein bescheuerter Stunt, rief Grant aus. Klar kann man das machen, aber man muss schon ein Experte sein, um da durch zu kommen, wenn man auf der anderen Seite in die Atmosphäre trifft. Du schlägst schnell auf und es gibt nicht viel Raum zum Fallen. Das weiß ich jetzt auch, sagte Leroy mütig. Ich bin fast rausgekommen, aber nicht ganz und ich bin mitten in ein paar stechende Palmen geraten. Ich schätze, der Aufprall hat sie irgendwie betäubt, denn ich konnte mich befreien, bevor sie um sich schlugen. Aber ich konnte mein Flugzeug nicht mehr erreichen und es war ich erinnere mich nur an zwei Tage, aber es war furchtbar. Das war es wohl, sagte er sanft. Ich wusste, wenn ich nichts esse und trinke, habe ich eine Chance, das weiße Fieber zu vermeiden. Das Nicht-Essen war nicht so schlimm, aber das Nicht-Trinken, tja, ich habe schließlich aufgegeben und aus einem Bach getrunken. Es war mir egal, was passierte, solange ich ein paar Momente hatte, in denen ich nicht vom Durst gequält wurde. Und danach ist alles verworren und vage. Du hättest Verwahrblätter kauen sollen. Das wusste ich nicht. Ich hätte nicht einmal gewusst, wie sie aussehen und außerdem habe ich ständig erwartet, dass Vater auftaucht. Er lässt bestimmt schon eine Suchaktion durchführen. Wahrscheinlich schon, erwiderte Grant ironisch. Hast mal daran gedacht, dass es auf dem kleinen Io 13 Millionen Quadratmeilen gibt? Und dass du nach allem, was er weiß, auf jeder Quadratmeile davon abgestürzt sein könntest? Wenn du vom Nordpol zum Südpol fliegst, gibt es keine kürzeste Route. Du kannst jeden Punkt des Planeten überfliegen. Ihre grauen Augen wurden groß. Aber ich außerdem, sagte Grant, ist dies wahrscheinlich der letzte Ort, an dem ein Suchtrupp suchen würde. Sie würden nicht glauben, dass jemand anderes als ein Verrückter versuchen würde, die Hügel der Idioten zu überqueren. Und in dieser These stimme zu zu sieht ganz so aus, als ob du hier festsitzt, bis mein Versorgungsflugzeug nächsten Monat hier eintrifft. Aber Vater wird verrückt sein. Er wird denken, dass ich tot bin. Das denkt er jetzt schon, kein Zweifel. Aber wir können doch nicht. Sie brach ab und sah sich in dem einzigen Raum der winzigen Hütte um. Nach einem Moment seufzte sie resigniert, lächelte und sagte leise, es hätte schlimmer kommen können, Grant. Ich werde versuchen, meinen Unterhalt zu verdienen. Gut. Wie fühlst du dich, Lee? Ziemlich normal. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Sie warf die zerfletterte Decke weg, setzte sich auf und ließ ihre Füße auf den Boden fallen. Ich werde das Abendessen vorbereiten. Guten Na, mein Kleid! Sie schlang die Decke wieder um sich. Er grinste. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung mit den Slinkern, nachdem du ohnmächtig geworden warst. Das haben sie auch mit meiner Ersatzgarderobe gemacht. Es ist ruiniert, jammerte sie. Würden Nadel und Faden helfen? Wenigsten das haben sie dagelassen, weil es in der Tischschublade lag. Daraus könnte ich nicht mal einen guten Barteanzug nähen, erwiderte sie. Lass mich mal einen von dir probieren. Durch Schneiden, Flicken und Ausbessern schaffte sie es schließlich, einen von Grants Anzügen auf ansehnliche Proportionen zu bringen. In Hemd und Hose sah sie sehr hübsch aus, aber er stellte besorgt fest, dass sie plötzlich blass geworden war. Es handelte sich um die Ri-Blanka, die zweite Fieberphase, die normalerweise auf einen schweren oder langanhaltenden Anfall folgt. Sein Gesicht war ernst, als er zwei seiner letzten vier Ferverin-Tabletten in die Hand nahm. Nimm Nimm die hier, befahl er, und wir müssen irgendwo Ferverblätter auftreiben. Das Flugzeug hat letzte Woche meinen Vorrat mitgenommen und seitdem habe ich Pech mit meinen Lunis. Sie haben mir nichts außer Unkraut und Müll gebracht. Li schürzte ihre Lippen wegen des bitteren Geschmacks der Droge und schloss dann die Augen gegen den Schwindel und die Übelkeit. Wo kannst du Ferver finden? fragte sie. Er schüttelte verwirrt den Kopf und blickte auf den untergehenden Jupiter mit seinen cremefarbenen und braunen Bändern und dem roten Fleck, der am westlichen Rand brodelte. Dicht darüber lag die leuchtende kleine Scheibe von Europa. Er runzelte plötzlich die Stirn, schaute auf seine Uhr und dann auf den Alma nach, an der Innenseite der Schranktür. In 15 Minuten wird Europa hell, murmelte er, und in 25 Minuten wird es Nacht, die erste richtige Nacht seit einem halben Monat. Ich frage mich? Er blickte nachdenklich auf Lies Gesicht. Er wusste, wo Ferver wuchs. In den Dschungel selbst wagte man sich nicht hinein, wo stechende Palmen und Pfeil Reben und die tödlichen Würmer, die man Zahnwurm nennt, ein solches Unterfangen für alle Kreaturen außer Lunis und Slinker zum Selbstmord machten. Aber er wusste, wo Ferver wuchs. In Ius' seltener echter Nacht konnte sogar die Lichtung gefährlich sein. Er wusste auch, dass in der Dunkelheit Kreaturen aus dem Dschungel krochen, die sonst in den ewigen Schatten der Tiefen des Dschungels verharrten. Zahnhauer, Kugelkopffrösche und zweifellos viele unbekannte schleimige, giftige und geheimnisvolle Wesen, die noch nie ein Mensch gesehen hatte. Man hörte Geschichten in Herapolis und aber er musste Ferver besorgen und er wusste, wo es wuchs. Nicht einmal ein Luni würde versuchen, es dort zu holen, aber in den kleinen Gärten oder Farmen rund um die kleinen Slinker-Städte wuchs fair war. Er schaltete ein Licht in der aufkommenden Dämmerung ein. Ich gehe mal kurz raus, sagte er zu Lee Naylen. Wenn das weiße Fieber zurückkommt, nimm die anderen beiden Tabletten. Es würde dir sowieso nicht schaden, sie zu nehmen. Die Slinker sind mit meinem Thermometer abgehauen, aber wenn der wieder schwindelig wird, nimmst du sie. Grant wo, ich bin gleich wieder da, rief er und schloss die Tür hinter sich. Ein Luni, der im bläulichen Licht Europas Violett leuchtete, wippte mit einem langen Kichern auf. Er winkte die Kreatur beiseite und machte sich vorsichtig auf den Weg in die Nähe der Slinker Siedlung, der Alten, denn die andere konnte kaum Zeit gehabt haben, ihre Umgebung zu kultivieren. Er schlich vorsichtig Tarnung reiner Optimismus war. Er befand sich genau in der Position eines hundertphysigen Riesen, der versucht, sich einer menschlichen Stadt heimlich zu nähern. Ein schwieriges Unterfangen, selbst in der völligen Dunkelheit der Nacht. Er erreichte den Rand der Slinker Lichtung. Hinter ihm bewegte sich Europa so schnell wie der Sekundenzeiger seiner Uhr auf den Horizont zu. Er hielt kurz inne, als er das kleine Städtchen erblickte, das hundert Meter entfernt auf den winzigen quadratischen Feldern lag und dessen Lichter in den handbreiten Fenstern flackerten. Er hatte nicht gewusst, dass es in der Kultur des Linker Lampen gab, aber da waren sie. Winzige Kerzen oder vielleicht kleine Öllampen. Er blinzelte in der Dunkelheit. Das zweite der zehn Fuß großen Felder sah aus wie es war fair war. Er bückte sich tief, kroch hinaus und griff mit der Hand nach den fleischigen weißen Blättern. In diesem Moment ertönte ein schrilles Kichern und das Knistern von Gras hinter ihm. Der Luni, der idiotische lila Luni. Quietschende Schreie ertönten. Er schnappte sich eine doppelte Handvoll fair war, stand auf und rannte zum erleuchteten Fenster seiner Hütte. Er hatte keine Lust, sich mit vergifteten Dornen oder krankheitserringten Zähnen herumzuschlagen und die Slinker waren sicher aufgebracht. Ihr Kauderwelsch ertönte im Chor. Der Boden war schwarz von ihnen. Er reichte die Hütte, stürmte hinein, schlug die Tür zu und verriegelte sie. Ich hab's, grinste er. Sollen sie doch draußen toben. Sie tobten. Ihr Geschrei klang wie das Knarren von abgenutzten Maschinen. Sogar Oliver öffnete seine schläfrigen Augen, um zu lauschen. Das muss das Fieber sein, bemerkte der Paar Kater gelassen. Lee war auf jeden Fall nicht blasser. Das Rie Blanca ging sicher vorbei. Ich geht, sagte sie und lauschte dem Getümmel draußen. Ich habe Ratten schon immer gehasst, aber die Slinker sind sie sind so schlau und bösartig wie Ratten und dazu so intelligent wie Teufel. Nun, sagte Grant nachdenklich, ich wüsste nicht, was sie tun könnten. Sie haben es sowieso schon auf mich abgesehen. Es hört sich an, als würden sie verschwinden, sagte die Frau und lauschte. Der Lärm wird schwächer. Grant später aus dem Fenster. Sie sind noch da. Sie sind gerade vom Fluchen zum Planen übergegangen und ich wünschte, ich wüsste was. Eines Tages, wenn dieser verrückte kleine Planet jemals von Menschen besiedelt werden sollte, wird es zu einem Showdown zwischen Menschen Menschen und Linkern kommen. Und sie sind nicht zivilisiert genug, um wirklich ein ernsthaftes Hindernis zu sein und außerdem sind sie so klein. Aber sie lernen, sagte er. Sie lernen so schnell und sie vermehren sich wie die Fliegen. Stell dir vor, sie lernen Gas zu benutzen oder sie entwickeln kleine Gewehre für ihre Giftpfeile. Das ist möglich, denn sie arbeiten jetzt schon mit Metallen und kennen das Feuer. Damit wären sie dem Menschen in der Offensive praktisch ebenbürtig. Denn was nützen unsere Riesenkanonen und Raketenflugzeuge gegen 6 Zoll Slinker? Und ein Gleichstand wäre fatal. Ein Slinker für einen Menschen wäre ein höllischer Tausch. Lie Gente. Nun, das ist nicht unser Problem. Ich bin hungrig, Grant. Gut, das ist ein Zeichen dafür, dass das weiße Fieber vorbei ist. Wir werden essen und dann eine Weile schlafen, denn es sind noch fünf Stunden Dunkelheit. Aber die Slinker? Ich wüsste nicht, was sie tun könnten. Sie können keine Steinmauer in fünf Stunden durchschneiden und Oliver würde uns sowieso warnen, wenn sich einer irgendwo reinschleichen würde. Es war hell, als Grant erwachte und erstreckte seine verkrampften Glieder schmerzhaft über seine beiden Stühle. Irgendetwas hatte ihn geweckt, aber er wusste nicht genau, was. Oliver lief nervös neben ihm auf und ab und blickte nun besorgt zu ihm auf. Ich hatte Pech mit meinen Loonies, verkündete der Paar Kater klagend. Du bist ein nettes Kätzchen. Das bist du auch, sagte Grant. Irgendetwas hatte ihn geweckt. Aber was? Dann wusste er es, denn es kam wieder das leiseste Zittern des Steinrindenbodens. Er runzelte verwirrt die Stirn. Erdbeben? Nicht auf Io, denn die winzige Kugel hatte ihre innere Hitze schon vor unzähligen Jahren verloren. Was dann? Plötzlich dämmerte ihm die Erkenntnis. Er sprang mit einem so wilden Schrei auf, dass Oliver mit einem infernalischen Ruf zur Seite wich. Der erschrockene Paar Kater sprang zum Ofen und verschwand durch den Schornstein. Sein Schrei wehte schwach zurück. Das muss das Fieber sein. Lee hatte sich auf der Pritsche aufgerichtet und ihre grauen Augen blinzelten schläfrig. Raus, brüllte er und zerrte sie auf die Beine. Raus, schnell! Was, warum? Raus! Er stieß sie durch die Tür. Dann drehte er sich, um seinen Gürtel und seine Waffe zu ergreifen, den Beutel mit den Fervorblättern und eine Packung Schokolade. Der Boden bebte erneut und er stürzte mit einem hektischen Sprung zur Seite der benommenen Frau aus der Tür. Sie haben es unterminiert, wirkte er. Die Teufel haben sie untergraben. Er hatte keine Zeit mehr, mehr zu sagen. Plötzlich gab eine Ecke der Hütte nach, die Holzstämme knirschten und das ganze Gebäude stürzte wie ein Klötzchenhaus für Kinder in sich zusammen. Das Krachen verhallte in der Stille und es gab keine Bewegung außer einem trägen Dampfschwaden, ein paar schwarzen rattenähnlichen Gestalten, die ins Gras huschten und einem violetten Luni, der jenseits der Ruine dümpelte. Dieser dreckigen Teufel, fluchte er bitterlich. Diese verdammten kleinen schwarzen Ratten, die ein Pfeil pfiff so nah, dass er sein Ohr streifte und dann eine Strähne von Lees zerzaustem braunen Haar durchzuckte. Ein Chor von Quietschgeräuschen ertönte im Blutgras. Komm schon, rief er. Diesmal wollen sie uns vernichten. Nein, hier entlang, zu den Hügeln, dort ist weniger Dschungel. Sie konnten den kleinen Slinkern leicht entkommen. Schon nach wenigen Augenblicken hörten sie keine quietschenden Stimmen mehr und sie blieben stehen, um wehmütig auf die verfallene Behausung zurückzublicken. Jetzt, sagte er kläglich, sind wir beide da, wo du am Anfang warst. Oh nein, Lee sah zu ihm auf. Wir sind jetzt zusammen, Grant. Ich hab keine Angst. Wir schaffen das schon, sagte er mit einer gewissen Selbstsicherheit. Wir werden eine provisorische Hütte errichten. Wir werden... ein Pfeil traf seinen Stiefel mit einem scharfen Geräusch. Die Slinker hatten sie eingeholt. Wieder rannten sie in Richtung der Hügel der Idioten. Als sie endlich anhielten, konnten sie einen langen Abhang hinunter und weit über den ionischen Dschungel blicken. Dort war die verfallene Hütte und dort, fein säuberlich gezeichnet, die Felder und Türme der näheren Slinker statt. Doch kaum waren sie zu Atem gekommen, als aus dem Gestrüpp Gebrüll und Gequietsche kam. Sie wurden in die Hügel der Idioten getrieben, eine Region, die den Menschen so unbekannt war wie die eisigen Wüsten des Pluto. Es war, als hätten die winzigen Unholde hinter ihnen beschlossen, dass ihr Feind, der riesige Trampel und Plünderer ihrer Felder, dieses Mal bis zur Vernichtung gejagt werden sollte. Waffen waren nutzlos. Grant konnte seine Verfolger, die wie Ratten mit Kapuzen durch die Vegetation schlichen, nicht einmal sehen. Eine Kugel, selbst wenn der Zufall sie durch den Körper eines Linkers jagte, war nutzlos und eine Flammenpistole konnte, obwohl ihr blitzschneller Schuss tonnenweise Gestrüpp und Blutgras verbrennen sollte, nicht mehr als einen schmalen Pfad durch die Horde von Waffen, die ihm hätten helfen können, die Gaslaternen waren in den Ruinen der Hütte verloren gegangen. Grant und Lee waren gezwungen aufzusteigen. Sie hatten sich tausend Fuß über die Ebene erhoben und die Luft wurde immer dünner. Hier gab es keinen Dschungel, sondern nur große Flächen Blutgrases, über denen ein paar Loonies zu sehen waren, die ihre Köpfe auf ihren langen Hälsen wippten. Zu den Gipfeln, keuchte Grant, der jetzt schmerzhaft kurzatmig war. Vielleicht können wir weniger Luft als sie ertragen. Lee wusste keine Antwort. Sie hechelte verbissen neben ihm her, während sie über kahle Felsen stapften. Vor ihnen lagen zwei niedrige Gipfel, die wie die Säulen eines Tores aussahen. Als Grant einen Blick zurückwarf, sah er winzige schwarze Gestalten auf einer freien Fläche und gab vor lauter Wut einen Schuss ab. Ein einzelner Slinker schnellte krampfhaft hoch, sein Umhang flatterte, aber der Rest rannte weiter. Es müssen Tausende von ihnen gewesen sein. Die Gipfel kamen näher, nicht mehr als ein paar hundert Meter entfernt. Sie waren steil, glatt und unbesteigbar. Zwischen sie, murmelte Grant. Der Pass, der sie trennte, Die Zwillingsgipfel waren vor langer Zeit eins gewesen. Eine ferne vulkanische Erschütterung hatte sie gespalten und diesen schmalen Canyon dazwischen gelassen. Er legte einen Arm um Lee, deren Atem durch die Anstrengung und die Höhe zu einem rasselnden Schnaufen wurde. Ein heller Pfeil klirrte auf den Felsen, als sie die Öffnung erreichten, aber als Grant zurückblickte, konnte er nur einen violetten Looney sehen, der sich nach oben schleppte und ein paar weitere zu seiner Rechten. Sie rannten einen fünfzig Fuß langen Geradengang hinunter, der plötzlich in einem großen Tal mündete, und dort hielten sie wie vom Donner gerührt einen Moment inne. Dort lag eine Stadt. Für einen kurzen Moment dachte Grant, dass sie in eine riesiges Linker Metropole eingebrochen waren, aber ein kurzer Blick zeigte, das Gegenteil. Dies war keine Stadt aus mittelalterlichen Blöcken, sondern ein Gedicht aus Marmor, klassisch in seiner Schönheit und von menschlichem oder fast menschlichem Ausmaß. Weiße Säulen, prächtige Bögen, geschwungene Kuppeln, eine architektonische Pracht, die von der Akropolis stammen könnte. Erst auf den zweiten Blick erkannten sie, dass die Stadt tot war, verlassen, in Trümmern. Selbst in ihrer Erschöpfung spürte Lee die Schönheit der Stadt. Wie herrlich, keuchte sie. Man könnte ihnen fast verzeihen, dass sie Slinker sind. Sie werden uns nicht verzeihen, dass wir Menschen sind, murmelte er. Irgendwo müssen wir uns ja positionieren, wir sollten uns ein Gebäude aussuchen. Doch bevor sie sich mehr als ein paar Meter von der Mündung der Schlucht entfernen konnten, wurden sie von einem wilden Aufruhr aufgehalten. Grant wirbelte herum und war einen Moment lang wie gelähmt vor Erstaunen. Die schmale Schlucht war mit einer wimmelnden Horde von Schlinkern gefüllt, die wie ein ekelerregender schwarzer Teppich wogte. Aber sie kamen nicht weiter als bis zum Ende des Tals, denn vier Lunis grinsten, kicherten und wippten und blockierten die Öffnung mit stampfenden dreizehn Füßen. Es war eine Schlacht. Die Slinker bissen und staren auf die unglücklichen Verteidiger ein, deren schrille Schmerzenslaute weniger ein Kichern als ein Kreischen war. Aber mit einer Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, die den Lunis völlig fremd ist, stapften ihre Klauenfüße methodisch auf und ab, auf und ab. Grant schrie. Ich will verdammt sein. Dann kam ihm eine Idee. Lie, sie sind in der Schlucht versammelt, die ganze Brot des Teufels. Er stürmte auf die Öffnung zu. Er hob seine Flammenpistole zwischen die dünnen Beine eines Lunis, zielte direkt auf die Schlucht und feuerte. Ein Inferno brach los. Der winzige Diamant gab seine ganze Energie in einer einzigen gewaltigen Explosion ab und schoss einen zackigen Feuerstrahl, der die Schlucht von Wand zu Wand ausfüllte und darüber hinaus einen Feuerfächer durch das Blutgras des Hangs schnitt. Die Hügel der Idioten halten wieder und als sich der Trümmerregen legte, war in der Schlucht nichts mehr zu sehen außer ein paar Fleischfetzen und dem Kopf eines unglücklichen Lunis, der noch immer herumhüpfte und rollte. Drei der Lunis überlebten. Ein lilafarbenes Gesicht zerrte an seinem Arm, grinste und kicherte in dümmlicher Schadenfreude. Er winkte das Ding zur Seite und kehrte zu der Frau zurück. Gott sei Dank, sagte er, wir sind entkommen, irgendwie. Ich hatte keine Angst, Grant, nicht mit dir, er lächelte. Vielleicht können wir hier einen geeigneten Platz finden, schlug er vor. Das Fieber sollte in dieser Höhe weniger lästig sein, aber das hier muss in früheren Zeiten die Hauptstadt der Slinker gewesen sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Ungeheuer eine so schöne Architektur erschaffen haben oder eine so große. Diese Gebäude sind im Verhältnis zur Größe der Slinker so kolossal wie die Wolkenkratzer von New York für uns. Aber so schön, sagte Lee leise und ließ ihren Blick über die Pracht der Ruinen schweifen. Man könnte fast verzeihen. Grant, sieh dir das an, er folgte ihrer Geste. An der Innenseite des Eingangs des Canyons befanden sich riesige Schnitzereien. Aber das, was ihn in Erstaunen versetzte, war der Gegenstand der Darstellung. Dort, weit oben an den Felswänden, waren nicht die Figuren von Slinkern, sondern von Loonies. Exquisit gemeißelt, eher lächelnd als grinsend und irgendwie traurig, bedauernd, mitleidig, lächelnd. Und doch zweifellos Loonies. Halleluja, flüsterte er. Siehst du, Lee, dies muss einmal eine Stadt der Loonies gewesen sein. Die Stufen, die Türen, die Gebäude, alles ist in ihrer Größe erbaut. Irgendwie und irgendwann müssen sie die Stufe der Zivilisation erreicht haben. und die Loonies, die wir kennen, sind die degenerierten Überreste einer großen Rasse. Und, fügte Lee hinzu, der Grund, warum diese vier den Weg verteidigten, als die Slinker versuchten durchzukommen, ist, dass sie sich noch erinnern. Wahrscheinlich erinnern sie sich nicht wirklich, aber sie haben eine Tradition aus vergangenen Zeiten oder, was noch wahrscheinlicher ist, ein abergläubisches Gefühl, dass dieser Ort in irgendeiner Weise heilig ist. Sie lassen uns passieren, denn schließlich sehen wir eher nach Loonies als nach Slinkern aus. Aber das Erstaunliche ist, dass sie selbst diese schwache Erinnerung noch besitzen, denn diese Stadt muss schon seit Jahrhunderten in Trümmern liegen. Oder vielleicht sogar schon seit Tausenden von Jahren. Aber wenn man bedenkt, dass Loonies jemals die Intelligenz gehabt haben könnten, eine eigene Kultur zu schaffen, sagte Grant und wies auf das lila Männchen, das kichernd an seiner Seite wippte. Plötzlich hielt er inne und blickte die Kreatur mit neuem Respekt an. Der hier folgt mir schon seit Tagen. Also gut, alter Knabe, was ist los? Der Purpurne streckte ihm ein arg zerzaustes Bündel aus Blutgras und Zweigen entgegen und kicherte dümmlich. Sein lächerlicher Mund verzog sich und seine Augen traten vor lauter Anstrengung auf. Kenny, kicherte er triumphierend. Der Schwachkopf, fauchte Grant. Trottel, Idiot! Er brach ab. Dann lachte er. Macht nichts. Ich schätze, ihr habt es verdient. Er warf den drei Loonies sein Paket mit Schokolade zu. Hier sind eure Süßigkeiten. Ein Schrei von Lee ließ ihn aufschrecken. Sie über dem Kamm der Hügel der Idioten dröhnte ein Raketenflugzeug, kreiste und sauste ins Tal. Die Tür öffnete sich. Oliver schlenderte mit ernster Miene heraus und bemerkte beiläufig Ich bin echt und du bist echt. Ein Mann folgte dem Parkater. Zwei Männer. Vater! schrie Lee. Einige Zeit später wandte sich Gustavis Nailen an Grant. Ich kann dir nicht genug danken, sagte er. Wenn es eine Möglichkeit gibt, meine Wertschätzung zu zeigen, das können sie. Sie können meinen Vertrag kündigen. Oh, du arbeitest für mich? Ich bin Grant Carthorpe, einer ihrer Händler, und ich habe die Nase voll von diesem verrückten Planeten. Natürlich, wenn du willst, sagte Nailen. Wenn es eine Frage der Bezahlung ist, sie können mich für die sechs Monate bezahlen, in denen ich gearbeitet habe. Selbst wenn du bleiben wolltest, sagte der ältere Mann, wird es nicht mehr lange einen Handel geben. Wir haben es geschafft, in der Nähe der Polarstätte Fervor anzubauen, und ich ziehe die Plantagen den Unwägbarkeiten vor, die man hat, wenn man sich auf Loonies verlässt. Wenn du dein Jahr durcharbeitest, könnten wir dir am Ende der Zeit die Leitung einer Plantage übertragen. Grant sah Lee Nalen in die grauen Augen und zögerte. Danke, sagte er langsam, aber ich habe es satt. Er lächelte die junge Frau an und wandte sich dann wieder an ihren Vater. Würden Sie mir bitte sagen, wie Sie uns gefunden haben? Das ist der unwahrscheinlichste Ort auf der ganzen Welt. Das ist genau der Grund. sagte Nalen. Als Lee nicht zurückkam, habe ich mir die Sache gründlich überlegt. Schließlich beschloss ich, so wie ich sie kannte, zuerst an den unwahrscheinlichsten Orten zu suchen. Wir versuchten es an den Ufern des Fiebermeers, dann in der weißen Wüste und schließlich in den Hügeln der Idioten. Wir entdeckten die Ruinen einer Hütte und auf den Trümmern lag dieser Kerl. Er machen einen halben Idioten. Der Teil mit dem Halb Idioten klang wie eine Anspielung auf meine Tochter und wir fuhren herum, bis das Dröhnen deiner Flammenpistole unsere Aufmerksamkeit erregte. Lee schmollte. Dann richtete sie ihre ernsten grauen Augen auf Grant. Erinnerst du dich, sagte sie leise, was ich antwortete ihr. Ich wusste, dass du im Delirium warst, aber vielleicht war ich das nicht. Würde es dir in Gesellschaft leichter fallen, dein Jahr zu bewältigen? Ich meine, wenn du zum Beispiel mit uns nach Junopolis fliegen und mit einer Frau zurückkehren würdest? Lee, sagte er heiser. Du weißt, was das für einen Unterschied machen würde, auch wenn ich nicht verstehe, warum du jemals davon träumen würdest. Es muss, schlug Oliver vor, das Fieber sein. Der irre Mond von Stanley G. Weinbaum Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Dieses Video wird unterstützt von Aquarius Girl Michael Simnacher Christian Santer Savage 420 Linkas YouTube Alexander Grube Floß Volker Schulz und Adrian Müller Vielen Dank. Du Bell H aluable Team Auf Wiedersehen quotes pix Elise